Da kommt er sowieso, bleibt zurück. Gut. Dafür müsst ihr die Nebensel gern. Dafür. Die Süß, die hat ein schönes Fell, auch so glänzend. Gibt es so selten Kind schon bei Thomas? Aber gestern Abend hatte Thomas auch einen Anruf. Ja? Da hat man noch einen bekommen. Drei schwache Teufel. Du bist bald nicht mehr ein Schwach-Toli. Du bist schon ein Aschgrau. Geh doch mir mal von der Pelle. Ihr sollt doch mal aufs Bild. Hat er das Bein gehoben? Nein. Ich dachte. Du, Spalke, du bist Spalke. Du bist Spalke, dein Freund. Oh, Spalke. Ich werde das spielen. Das ist niedlich. Ist der doof. Der ist doch nicht doof. Der will ich von dir nicht machen sollen. Soll ich nennen. Soll ich verrückt bin. Das ist wohl da so kugelig. Na so oft war er Opa nicht hier. Ne? Seht ihr? Das ist okay. Das ist okay.